So, jetzt haben wir Ente-Freunde, Entertainment, Medikamente und Waffen, produziert ist das Ganze von Nick, TF und Timon, D. Ähm, wir hören rein, Freunde. Hatte mit Julian gesprochen und wollte die Runde einreichen für das JCC. Es ist nur an den Vertragsrechten gescheitert. Hätte Bock gehabt, wieder alles zu stören, würde euch den Zeug nicht vorenthalten. Also, same problem wie bei J.G.Golos. Selbe Problem wie bei J.G.Golos, sag ich mal. Ähm, schade drum. Sehr, sehr schade drum. Sehr, sehr schade drum. Naja. Kannst du mich hören? Ich bin noch nicht tot. Ich hab Gänsehaut, Alter. Also, ich hab auch so einen Schauer am Rücken bekommen. So einen kalten... Okay. Der Körper erkämpft mit gewissen Symptomen. Schweiß auf der Halt. Backen der Angst. Alleine zu Haus. Waffen im Schrank. Wir sind gefallen. Viren da draußen. Viren in der Luft. Viren überall. Köklische Krippe. Verkiftete Brunnen. Bitte, oh Gott. Bring uns nicht um. Renne in den Laden. Boah. Kranker Einstieg, aber das ist so ein Ente-like Einstieg. Gott, bring uns nicht um. Renne in den Laden. Über die brennenden Straßen. Über in geltliche Laden gewickelte Brüder und Mensch, die starben. Oh. Stellt euch vor, Ente im Turnier, Mann. Ich hätt's so gefühlt. Ich hätt's so gefühlt. Über in geltliche Laden gewickelte Brüder und Mensch, die starben. Über verlorene Freunde. Über gefallene Krieger am Schuss. In der Seuche sehen wir uns alle nie wieder. Was war das? War das von Julien was? Was hat er da eingespielt, Mann? Was hat er da eingespielt für ein Track? Was hat er da eingespielt, Freunde? Weiß das jemand? Kann jemand die Soundfile identifien eben? Kann jemand von Jaw? Von Jaw, okay. Sag mal nichts. Wir bleiben im Schatten und verkümmern. Und beten mit den Masken vor den Mündern. Medikamente und Waffen. Schatten. Die Welt wird von den Menschen verlassen. Jeder Krieg ein Geschäft. Ressourcen werden verteilt. Der Deckmantel wird Viren versenft. Medikamente und Waffen. Schatten. Die Welt wird von den Menschen verlassen. Jeder Krieg ein Geschäft. Ressourcen werden verteilt. Der Deckmantel wird Viren versenft. Der ganze Laden kommt jetzt langsam in Schwung. Sie machen Hamsterkäufe wie vor einer Schlangenfütterung. Früher Kittichpäck. Sie machen Hamsterkäufe wie vor einer Schlangenfütterung. Warum ist da noch keiner bis jetzt drauf gekommen? In den ganzen Corona-Songs, die ich mir angehört habe, ist noch keiner auf diesen Vergleich gekommen, irgendwie, mit Tierfütterung. Jetzt langsam in Schwung. Sie machen Hamsterkäufe wie vor einer Schlangenfütterung. Früher Kittichpäck dann ohne Grund. Heute nämlich muss ich niesen, einfach nicht mehr meine Hand vor den Mund. Jetzt ist mit Menschen machten Schluss. Heute hören sie rum am Meteor und sagen, der verdammte Enttagsgewurz. Game on. Oh, diese Betonung. Und ich habe sie so vermisst. Diese Betonung wird von Ente, Mann. Ich habe sie so vermisst. Stellt euch vor, einfach Ente im Turnier. Wie schön wäre das gewesen, Mann. Entertainment im Turnier. Aber wir dürfen uns gar nicht so sehr beschweren. Wir haben Detox im Turnier. Wir haben Meisel im Turnier. Wir haben Jasper im Turnier. Wir haben schon gute Leute im Turnier. Wir dürfen uns eigentlich gar nicht beschweren. Der König drückt den Powerknopf. Hast du gehört, da ist was Tögliches im Sauerstoff. Da die Welt nun 12-Mankees mäßig untergeht, ist der Impact zu sehen, wie Al Bundys Penis, wenn die Pro... Oh, 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 oh. Al Bundy, eine schrecklich nette Familie, heißt die Sendung so, ich glaube schon. Ähm, die Frau von ihm heißt Peg, Peggy oder so, oder Paddy, whatever. Aber ist dann, oh, ist dann im... Ah, Impact zu sehen, nice. Nice Zeile, nice Zeile. Nice. Real Talk, Freunde, Prioritäten setzen, Freunde, Prioritäten setzen. Das hier ist der Cut der Existenz. Meine Brüder, setzt nun eure Masken auf und rennt. Medikamente und Waffen. Die Welt wird von den Menschen verlassen. Diesen Vibe, den er transportiert, der Hook ist anders. Krieg ein Geschäft, Ressourcen werden verteilt. Der Deckmantel wird Viren versägt. Medikamente und Waffen. Die Welt... Oh, wie er das sagt. Welt wird von den Menschen verlassen. Jeder Krieg ein Geschäft, Ressourcen werden verteilt. Der Deckmantel wird Viren versägt. Geil. Hätte ich gerne im Turnier gesehen. Hätten wir alle gerne im Turnier gesehen. Aber wenn es vertraglich irgendwie nicht gepasst hat, alright. Finde die Viren, die durchs Video fliegen, schon witzig. Hä? Alright. Hey, wenn du es lustig findest, freut mich für dich, man. Adrian freut mich sehr für dich. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Keine Ahnung, passt halt irgendwie. Nice Qualifikation. An sich sonst auch ein nicer Track einfach. Ein nicer Track, Freunde. Was soll ich sagen? Wir alle hätten Entertainment sehr, sehr gerne in diesem Turnier gesehen. Jetzt ist es nicht so weit. Ist halt so. Was soll man machen, Alter? Was soll man machen? Wie ich schon meinte, wir sollen glücklich sein, über die, die es reingeschafft haben. Viele gute Leute dabei. Und natürlich kann es sich jeder reinschaffen. Erstmal, dass überhaupt von 16 auf 32 aufgestockt wurde. Ist schon ein Segen für uns, denke ich. Von daher, ich würde dem jetzt ja auch einen 9 geben. Einfach, weil Entertainment für mich ein Künstler ist, der so eine krasse Eigenart hat, dass man das schwer vergleichen kann. Man kann es schwer vergleichen, weil Ente so sehr eigen ist irgendwie. Ich würde ihm jetzt so eine 8 bis 9 geben irgendwie, weil ich es wirklich schön fand. Weil ich es wirklich schön fand. Und nicht meine Favorite Hook von Ente tatsächlich, aber trotzdem eine gute Hook. Chat sagt auch, 9,5 von 10. It's over 9000 von Saranja. Ja man, ach komm, 100 von 10 schreibt jemand, was soll ich sagen, Freunde. Ich fand es auch sehr stark. Sehr, sehr nice der Qualifikation auf jeden Fall. Sehr nice der Track an sich auch einfach.